Ein Lehrer unterrichtet Schüler und bringt ihnen verschiedene Dinge bei. In einer Volksschule lehren sie die Kinder das Lesen und Schreiben. Lehrer arbeiten auch mit älteren Kindern und Jugendlichen. Dort unterrichten sie meistens ein bestimmtes Fach, Mathematik oder Sprachen zum Beispiel. Ein anderer Beruf, bei dem man auf der Universität studieren muss. Arzt Ein Arzt behandelt kranke Leute in einer Praxis oder im Krankenhaus. Er untersucht die Menschen und stellt fest, was ihnen fehlt. Er verschreibt Medikamente oder andere Behandlungen. Es gibt viele verschiedene Ärzte, manche sind Chirurgen, andere sind Ohrenärzte oder Zahnärzte. Handwerker lernen ihren Beruf in einer Berufsausbildung. Ein Handwerker ist zum Beispiel ein Bäcker. Er stellt Brot her. Dazu muss er wissen, wie man Mehl, Salz, Hefe und andere Zutaten mischt. Bäcker können sehr viele verschiedene Sorten Brot machen, auch süßes Gebäck. Ein Bauer arbeitet auch mit Lebensmitteln. Auf seinem Hof hält er Tiere wie Kühe, Hühner oder Schweine. Auf den Feldern pflanzt er Getreidesorten oder Gemüse und Obst. Das liefert er an Supermärkte oder verkauft es selbst auf einem Markt. Ein Koch arbeitet auch mit Lebensmitteln. In einem Restaurant bereitet er die Speisen zu. Seine Ausbildung macht er entweder in einer Schule oder in einer Lehre. Was machst du, Paul? Ich mache Dehnungsübungen für meinen Rücken. Der Arzt hat mir es empfohlen. Viel Glück, das sieht schwierig aus. Ich mache Abendessen. Möchtest du etwas? Oh ja, bitte. Das wäre toll. Okay, es ist in zehn Minuten fertig. Vielen Dank. Wo ist Jennifer? Sie hat morgen eine Prüfung, also ist sie in ihrem Zimmer und lernt. Okay, ich gehe später mal zu ihr und helfe ihr. Ein Lehrer unterrichtet Schüler und bringt ihnen verschiedene Dinge bei. Ein Lehrer unterrichtet Schüler und bringt ihnen verschiedene Dinge bei. Ein Lehrer unterrichtet Schüler und bringt ihnen verschiedene Dinge bei. In einer Volksschule lehren sie die Kinder das Lesen und Schreiben. In einer Volksschule lehren sie die Kinder das Lesen und Schreiben. Lehrer arbeiten auch mit älteren Kindern und Jugendlichen. Lehrer arbeiten auch mit älteren Kindern und Jugendlichen. Dort unterrichten sie meistens ein bestimmtes Fach, Mathematik oder Sprachen zum Beispiel. Ein anderer Beruf, bei dem man auf der Universität studieren muss, Arzt. Ein anderer Beruf, bei dem man auf der Universität studieren muss, Arzt. Ein anderer Beruf, bei dem man auf der Universität studieren muss, Arzt. Ein Arzt behandelt kranke Leute in einer Praxis oder im Krankenhaus. Ein Arzt behandelt kranke Leute in einer Praxis oder im Krankenhaus. Er untersucht die Menschen und stellt fest, was ihnen fehlt. Er untersucht die Menschen und stellt fest, was ihnen fehlt. Er verschreibt Medikamente oder andere Behandlungen. Er verschreibt Medikamente oder andere Behandlungen. Er verschreibt Medikamente oder andere Behandlungen. Es gibt viele verschiedene Ärzte, manche sind Chirurgen, andere sind Ohrenärzte oder Zahnärzte. Es gibt viele verschiedene Ärzte, manche sind Chirurgen, andere sind Ohrenärzte oder Zahnärzte. Handwerker lernen ihren Beruf in einer Berufsausbildung. Handwerker lernen ihren Beruf in einer Berufsausbildung. Ein Handwerker ist zum Beispiel ein Bäcker. Er stellt Brot her. Handwerker lernen ihren Beruf in einer Berufsausbildung. Ein Handwerker ist zum Beispiel ein Bäcker. Er stellt Brot her. Dazu muss er wissen, wie man Mehl, Salz, Hefe und andere Zutaten mischt. Dazu muss er wissen, wie man Mehl, Salz, Hefe und andere Zutaten mischt. Dazu muss er wissen, wie man Mehl, Salz, Hefe und andere Zutaten mischt. Bäcker können sehr viele verschiedene Sorten Brot machen, auch süßes Gebäck. Bäcker können sehr viele verschiedene Sorten Brot machen, auch süßes Gebäck. Ein Bauer arbeitet auch mit Lebensmitteln. Auf seinem Hof hält er Tiere wie Kühe, Hühner oder Schweine. Ein Bauer arbeitet auch mit Lebensmitteln. Auf seinem Hof hält er Tiere wie Kühe, Hühner oder Schweine. Ein Bauer arbeitet auch mit Lebensmitteln. Auf seinem Hof hält er Tiere wie Kühe, Hühner oder Schweine. Auf den Feldern pflanzt er Getreidesorten oder Gemüse und Obst. Auf den Feldern pflanzt er Getreidesorten oder Gemüse und Obst. Das liefert er an Supermärkte oder verkauft es selbst auf einem Markt. Ein Koch arbeitet auch mit Lebensmitteln. In einem Restaurant bereitet er die Speisen zu. Ein Koch arbeitet auch mit Lebensmitteln. In einem Restaurant bereitet er die Speisen zu. Seine Ausbildung macht er entweder in einer Schule oder in einer Lehre. Seine Ausbildung macht er entweder in einer Schule oder in einer Lehre. Seine Ausbildung macht er entweder in einer Schule oder in einer Lehre. Wenn Sie das n京sten von einer Schule oder in einer Schule sch Single. Sk bic impiele. Seine Ausbildung macht er. Mit einer организ glyz Untertitelung macht er auchcksz mit einer infrastructure-lica- Engineering Ein-Power Gli Okey.